Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Together mit dem Reiter, dem Damakrash-Server. Hallo und recht herzlich willkommen und ich grüße Knolle auch. Hallo. Und jetzt müssen wir weiterbauen. Wir müssen weiterbauen. Das Fenster wurde fertig. Hier oben sind wir jetzt dran im Endeffekt. Da geht's weiter. Ich höhle aus. Unten ist ausgehöhlt. Ich komme da schon gar nicht mehr hin. Wir bräuchten hier mehr Boden, ne? So, da hoch. Steine ausgewählt. Und da muss einer hin. Ist das richtig? Oder ist das falsch? Ne, das ist falsch. Da muss gar keiner hin. Einen daneben gelegt. Hier muss der hin. So. So. Gut, äh... Ja, Hilfssteine brauchen wir jetzt nix. Oh, jetzt hab ich die Planke abgebaut. Ich glaube, da muss keiner mehr hin, oder? Da muss einer hin. Da auch. Und da muss auch noch einer hin. Die können wieder weg. Ja, ich glaube, das könnte richtig sein. Dann muss da einer hin. Und dann müssen wir hier wieder Steine setzen, beziehungsweise. Hm. So geht das, glaube ich, etwas schneller. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Müsste einer von unten sagen. Hm, ich glaube, ich muss mir von unten angucken. Hat keinen Sinn. Wie viele Schaufeln habe ich denn noch? Da ist die letzte. Ja. Ah, da komme ich so hoch. Alles klar. Ja. Sieht aber immer noch richtig aus, glaube ich. Oder? Nee. Nee. Eins, zwei, drei. Ja, doch. Das ist wohl doch richtig. Da muss es nur höher werden. Schwierig. Gott. Der Boden ist abgebaut. Jetzt muss ich rein theoretisch noch eine Etage tiefer bauen, aber ich lasse ich erst mal. Okay. Tja. Ich schmeiß mal ein bisschen Erde weg. Ich glaube, da muss einer hin. So, das wäre, glaube ich, die richtige Position für das Ganze. Ich glaube, wenn ich von hier gucke, dann kann ich das sehen. Was richtig wäre. Da muss auf jeden Fall einer hin. Ja. Könnte sein, dass das so ist. Testen wir mal. Ja, sieht gut aus vielleicht sogar. Hast du noch was zu essen? Ja, habe ich noch. Und ich muss es natürlich gerade benutzen. Gut, dass du es gesagt hast, ne? Ja, ich muss es nämlich auch essen. Aber ich mache das schon ein bisschen früher, weil ich nicht mehr sprinten kann. Okay. Ich glaube, so ist das richtig. Ja, ich glaube, so sieht das gut aus. Gut. Ja, könnte passend sein. Jetzt muss ich mal gucken, ob es davon überhaupt noch was gibt. Das heißt, ich bin mal gerade. Schnell gucken. Stell dich das, wenn du eine Nachbar aus? Nö, eigentlich nicht. Gut. Wo bist du gerade? Ich bin auf dem Weg. Dark Oak oder Dunkler. Okay, okay, du holst die Eiche, okay. Bei dem Autoscooter tut sich ja auch nichts. Wird nicht weitergebaut. Ne, sieht nicht so aus. Okay. Ich glaube, das ist falsch, oder doch? Das könnte vielleicht so richtig sein, wir müssen hier noch eine Etage höher, ne? Kann das sein? Eins, zwei, drei. Okay. Eins, zwei, ja genau, da muss noch eine Etage höher. Jetzt frage ich mich nochmal, wo ging es denn hier zur U-Bahn? War das das Haus hier? Ne, hm? Ist die U-Bahn abgeschafft? Hat einer so abgerissen. Wo ist denn die? Das Internet ist gelöscht. Die U-Bahn ist weg. Ich bin blind. Ach, was ist das? Da geht es runter, okay. Hast du es gefunden? Augen auf meinem Eierkopf, wenn ich mal sagen. Okay. Direkt vor der Nase, so ungefähr. Okay. Fahrkarte muss ich ziehen, die war hier, oder? Ja. Ja. Okay. Schon wieder ein Stapel weg, ein Stack. Das geht alle so schnell, ne? Ja. Kommt immer drauf an, auf die Menge, die man baut. Stopp. Ist das denn richtig? Doch. Hoch. Und angekommen. Aber hier ruckelt das so, das weiß ich noch. So. Und das müsste jetzt passend sein. Muss ich jetzt gucken, muss jetzt überall gucken, wo das sein könnte. Was denn? Das Holz. Holz, Oak, okay. Hm, eigentlich nur Holz, nichts drunter. So, sieht gut aus, glaube ich. Hier ist irgendwo noch ein Guckloch. Oh, 32 Stück. So, jetzt habe ich noch 32 Oakwood Planks und drei Oak Türen. Ich denke mal, wer wird es ja auch nicht geben, weil es wird ja alles automatisch einsortiert. Zwischenlager, so. Da kann so einer auch hin. Nee, da ziegel. So, das muss ich mir erst von unten angucken, ob das passend ist. Eine Küste nehme ich mir mal mit. So, hier ist ganz unten. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich glaube, das war immer fünf. Ich weiß, muss ich noch mal bei Damakash gucken, die vielleicht noch was davon hat. Mhm. Ups. Oh, zu weit unten. Hier ruckelt es ja. Ähm. Nee. Nichts. So, gut, da oben ist natürlich noch eine Erde. Super, die müssen wir noch irgendwie noch wegkriegen. Ach, das kriegen wir von oben. Da müssen wir nur noch mal hochgehen dann. Aber das sieht hier, glaube ich, alles passend aus. Das ist wunderbar. Und dann können wir im Endeffekt auf dieser Seite weiter basteln. Und so, U-Bahn. Ah, wieder runtergefallen, super. Wir müssen hier so einen Bauzaun hinmachen, damit ich dann nicht immer runterfalle. So. Zwei. Dann muss da einer drauf und einer vorne dranne. Und dann fünf. Gut. Dann wollen wir mal gucken, dass wir da hinkommen. Oh, Glück gehabt, dass ich da nicht runtergefallen bin. So. Da muss einer hin, habe ich gesagt. Dann da einer. Die leuchten gar nicht, fühlen wir gerade so auf. Da muss einer drauf. Jetzt leuchten die wieder. Und einmal abbiegen. So, ich komme jetzt wieder. Okay. Und dann... Da sind da drei hier drauf. Sind das die drei, ich glaube, ja. Und in der Mitte, einer. Also vom Weiten her sieht das schon sehr gut aus. Ja. Ja. Hm? Das ist doch schön. Die Fenster sieht dann nur nicht rund aus, sondern eher eckig. Dann müssen wir da nochmal dran, oder? Ich weiß schon, wie ich das mache. Okay. Ich habe das Problem erkannt. Gut, gut. Glaube ich. Hoffe ich. Hoch. So. Das war nicht gut. So, jetzt. Der war das, der weg muss, glaube ich. Dann, ne? Die müssen wir hin und der muss weg. Bin ich doof. Ja, der war zu viel. Der muss wiederum hin. Ich glaube, da muss auch einer hin. Da muss einer hin. Guck nicht. Komm ich nicht dran. Schade. So. Gut. Muss man das aber auch umbauen. Hm. Ich kann es aber noch nicht. Ich glaube, da muss auch einer hin. Oder? Vielleicht auch nicht. Ne, kann sein, dass da keiner hin muss. Dann mache ich den mal lieber schon mal gleich weg. Okay. Sonst, was tue ich noch mal. Ich muss meine Spitzhack immer auf zwei legen. Sonst wechsle ich immer da hin und muss immer wieder zurück wechseln. Okay. So ein alter Angebot, Neid. Mhm. Dass ich die Spitzhack immer auf zwei gelegt habe. Aber jetzt liegt sie irgendwie nicht auf zwei. Hm? Ich glaube, da muss einer hin. Ich glaube, da muss einer hin. Und da. Dann ist das schon wieder zu. Da muss auch einer hin. Und da muss einer hin. Was mache ich? Wieso bin ich jetzt runtergefallen? Ich habe doch das Schiff gerückt. Tja. Da muss einer hin. Und da auch. Dann da bitte einer hin. Und da einer hin. Da einer hin. Und da muss er auch einer hin. So. Ich glaube, eine Etage muss dann auch noch höher. Da einer hin. Oh, jetzt falle ich hier mal runter. Das ist Pech auf meiner Seite, würde ich mal sagen. Da noch einer hin. So, dann können wir das bauen. Super geklappt. So, jetzt aber. Da. 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 Da muss auch noch einer hin. Ich schaff's nicht. Das Loch wird immer kleiner. Immer runter. Okay. Und dann fangen wir da an. Da muss einer hin. Da auch. Da. 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 Und da. Und da. Da. Da muss zusammen hin. Da muss er auch einer hin. Jetzt brauche ich das Inventar. Ich hoffe, ich habe immer Steine. Ja, habe ich noch reichlich. Muss da einer hin? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Den machen wir gleich weg. Oder, ich weiß es nicht. Ja, jetzt muss ich da noch einen runter bauen. Dann passt das. Da muss auf jeden Fall einer hin. Dann ist das Kreuz fertig in dem Sinne. Passt. Ja, jetzt habe ich noch etwas falsch gebaut. Wer, ich? Ja, hier oben ist etwas falsch gebaut. Ja? Weil ich mich nicht irre, ja. Ich muss mir das mal gerade von unten hier angucken. Hier ist alles richtig. Wo bist du denn, dass das falsch gebaut sein soll? Oben. Es ist wohl nur zwei. Oh. Der war jetzt auf jeden Fall falsch. Da komme ich nicht dran. Ah, ja. Das sieht schon rund aus. Oh, super. Runtergefallen. Das passt. Ich guck mal von weit. Von weit, ja. Muss da noch einen ein, dann glaube ich ja. Ja, das sieht schon besser aus. Äh. Aber wenn man so von weit guckt, sehen die Türme oben drauf. Also die guckst nicht. Da fällig sind sie klein aus. Mhm. Die guppeln. So. Jetzt müssen wir nur wissen, ob das so richtig ist. Aber ich glaube, es war es auch schon wieder. Ja, genau. Wir sind schon verdammt lang bei. Ja. Kann das hier sein, Knolle? Oh, kann das da sein. Nee, noch gar nicht, ne? Da bin ich noch voll falsch. Da bin ich noch voll falsch. Das ist... Ja, wo ich noch runterfahre. Oder muss... Nee, das könnte... Ja, hast du schon einen Aufgang gemacht. Da, da musst du anfangen. Wo ist die Säule? Hier vorne, zwei Folie. Da muss die Säule hin? Ja. Ist das Fenster zu schmal? Das ist zumindest passend mit der mittleren Säule hier. Okay. Dann ist das Fenster... Nee, das ist fünf. Das ist doch auch fünf, ne? Naja, okay. Lass uns erst gerade die Folge beenden. Bis nächstes Mal. Wo bist du? Da bist du. Gut. Okay, dann würde ich sagen... Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und wir würden uns freuen... Wenn ihr das nächste Mal... Auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.